Mal gucken, was wir hier jetzt rausfinden. Gucken wir es mal im Süden. Guckt mir das bekannt vor hier? Nee. Ich sorge nur dafür, dass keine offensichtlich zwielichtigen Gestalten im Hafen herumdüngern. Okay. Kann ich hier was kaufen? Fische, Krustentiere, Wirbellose, Bauchfüßler. Ich verkaufe hier alle Tiere des Meeres, die du essen möchtest. Möchtest du den Schleim-Aal probieren? Ähm, ja. Der schmeckt wirklich ausgesprochen grässlich. Ey, jetzt kriege ich Schaden davon. What? Kann ich nichts machen? Rubios aussehender Kerl, willst du hier vorbei? Wie lautet das Passwort? Vielleicht Passwort 1334? Nein, das mussten wir ändern. Schau, wenn du das Passwort nicht kennst, kommst du an mir nicht vorbei. Verschwinde. Okay, wir müssen irgendwie ein Passwort rausfinden. Okay, bevor wir uns jetzt hier in der Stadt umschauen. Ich gucke jetzt mal, was hier im Norden ist. Guten Tag, willkommen in Eichenport, der uralten Stadt des Moses und des Wissens. So wird sie aber von niemandem genannt. Ich lasse mir das für diejenigen einfallen, die auf dem Weg in die Stadt bei mir anhalten, um mit mir zu sprechen. Wie dem auch sei, viel Spaß in der Stadt. Okay, das hier ist erstmal Eichenport. Das heißt, das hier unten ist nur der Hafen. Krass. Da wird gleich sehr viel bla 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 auf uns zukommen. Hast du eigentlich bemerkt, wie hoch die alten Stege aus Stein sind? Die niedrigen Stege aus Holz wurden dann angebaut, weil die Leute es leid waren, ständig herumzuklettern. Ich habe gehört, dass die Stege so hoch waren, weil es Jahrzehnte dauerte, bis der Wasserpegel nach der großen Flut wieder gesunken war. Aber ich denke, dass die Schiffe einfach nur viel größer waren. Die Stadt Eichenport ist gleich nördlich von hier. Sie ist die größte Stadt im Nordmeer und sie wurde schon vor der großen Flut erbaut. Das heißt, dass der Meerkönig aus den Legenden über die Flut hier sein Palast hatte, bevor er ihn auf eine geheimnisvolle Insel verlegte. Aber ich glaube, das Ganze soll nur Touristen anlocken. Okay. Weißt du die Treppe rauf und an der Starttour von Oe vorbei, habe ich ein paar zwielichtige Kerle gesehen, die nichts Gutes im Schilde führen. Sie haben kein Schiff, sie sind also keine Piraten. Aber Diebe vielleicht? Das Apfelschiff aus Efeustrung ist eingetroffen. Weißt du, dass du durch den Schleierwald östlich von hier an den Ort kommst, von dem diese Äpfel stammen? Ich war dort noch nie, aber ich... Diese Äpfel... Diese Apfelquelle, diese Apfelbrunnen, diese Apfelfabrik... Oder wo auch immer diese Äpfel herkommen, unheimlich gerne mal sehen. Ich war da vorher aus, sieht cool aus. Viel Spaß. Oh, Hauptmann Tilia. Ach, oje, du schon wieder. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht euer Hauptmann bin, nur weil ich alle Hantelhauerdegen im Kampf besiegt habe. Nein, du bist Hauptmann, weil ich dich befördert habe. Jedenfalls mache ich eine Reise, um meine innere Stärke zu entwickeln. Gestern bin ich zum Kloster auf dem Gipfel des Marmorfelsens hinauf und habe Tee mit den Mönchen getrunken. Morgen werde ich in der Stadt lernen, wie man Pasta kocht. Diese Reise hilft mir unheimlich bei meiner Selbstfindung. Freut mich für dich. Schau, ich muss wieder meine Angelegenheiten widmen. Aber weiter so. Zum Befehl, Hauptmann. Hallo? Okay, mit dem kann man irgendwie nicht quatschen. Auch recht. Ihr quatscht mir nämlich manchmal echt zu viel. Ich sorge nur dafür, dass keine offensichtlichen Zwielichen gestalten im Hafen herumlungern. Das ist meine Aufgabe. Na gut, kann schon sein, dass die Lieferung beim Abholen größer war. Aber die Tatsache, dass ich ein Pirat bin, hat absolut nichts mit dem zu tun, das vielleicht passiert sein könnte. Ähm, weil ich nämlich kein Pirat bin, bringe ich gerade überzeugend drüber, wie unschuldig ich bin, weil ich eben keinen Beruf ausübe. Wenn ich mich nicht verzählt habe, fehlen dieser Lieferung 36 Kisten. Wie konnte das nur passieren? Eichenport hat zwar eine enorme Flut überlebt, aber der Leuchtturm nicht. Nun verbreitet sich aber Aberglaube, dass es der See genügte, Eichenport in Dunkelheit zu hüllen. Keiner traut sich mehr, einen Leuchtturm zu bauen. Aber aus unerfindlichen Gründen sind diese riesigen Fackeln wohl... Okay, Aberglaube, seltsam und widersprüchlich. Oh, Tilia, ich wusste doch, dass ich dich eines Tages in Eichenport antreffen würde. Gefällt dir die große Stadt? Mir nicht, man hat keine Ruhe. Möchtest du einen bestimmten Ort besuchen? Nein. Das Meer ist voller Fische, aber was? Äh, aber was? Du willst beim Fischen doch nicht nass werden. Nicht doch. Kaufe meinen Fisch, der bereits im Trockenen liegt und gleich auf deinem Teller landen kann. Nein, danke. Okay, möchtest du ein paar dieser Großartengegenstände verkaufen? Wir machen hier mal wieder eine glatte Zahl. Zack, weg da. Junge, wie groß ist diese Stadt eigentlich? Beziehungsweise allein dieser Hafen. Hm, hm, okay, hm. Sind wir die beste Werft in Eichenport? Tja, so denke ich darüber. Sind wir die einzige Werft in Eichenport? Ja. Leisten wir gute Arbeit? Wir sind die einzige Werft in Eichenport. Okay, 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 okay. Wegschieben. Hoch. Schlagen. Runter. Kann ich nicht runterspringen? Ähm. Schieben. 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 Kisten. Nice. Muss unbedingt zum Schmied. Hallo? Hm. Toller Tag, um Kisten voller Nägel über die Stege zu schleppen. Tage, an denen Nägel geliefert werden, sind die schlimmsten. Mist, Mist, Mist. Okay. So, jetzt können wir wohl hoch in die Hauptstadt quasi, oder in den, in die Innenstadt, wenn ihr so möchtet, oder auch nicht. Hier waren wir noch nicht. 19. Ähm, ich kaufe einfach mal. Du hast keinen Platz mehr. Eichenport ist eine riesige Stadt und jetzt habe ich auch noch gehört, dass es dort unterirdische Tunnels gibt. Kaum zu glauben, oder? Als ob sie dort noch mehr Arbeit bräuchten. Klingt, als wäre das ein Albtraum für den Tourismus. Viel zu viel zu tun. Oh, willkommen. Oh, hallo. Willkommen in Eichenport. Ich bin der Rezeptionist. Hier im Hafenbüro. Hauptsächlich kümmern wir uns um Netzoll und die Fracht. Aber ich habe hier auch eine Broschüre für Touristen. Willst du mal einen Blick hineinwerfen? Äh, ja. In der Broschüre wird die Stadt mit glühenden Worten beschrieben. Die Stadt Eichenport. Umle auf dem Markt im Zentrum. Besuche den Palast des Bürgermeisters im Norden. Ein munterer Bach fließt unter der Stadt um die alte Bibliothek und mündet im Hafen ins Meer, wo sich viele Fähren und Frachtschiffe tummeln. Im Osten liegt der Schleierwald, wo du im Schatten der Bäume in das verschlafene Dorf Efeustrom gelangst. Du kannst den Hafen auch in Richtung Nordwesten verlassen und dann den Marmorfalzen erklettern. Auf seinem Gipfel thront ein malerisches Kloster. Danke für diese Info. Moment, ich könnte mal noch hinter jemandem das Brett schauen. Da liegt nichts. Okay, kann ich nichts machen. Alles klar. Kerl ins Streifenhemd. Hey Kleine, Eintritt verboten. Ist nur ein normales Lagerhaus, sonst nichts. Okay, ich komme hier nicht vorbei an dem. Wenn du von diesem Hafen in die Straße nach Westen nimmst, kannst du weiter im Süden das Mangroven dickig besuchen oder dich nach Norden wenden und so einen Berger glimmen, denke ich. Genau weiß ich das aber nicht. Ich reise nicht gerne. In der Stadt gibt es einen Markt und Fische hier im Hafen. Warum sollte ich mich mit den Monstern auf der Straße herumschlagern? Weil herum, 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 herumschlagern? Oh, wow, wow, wow. Okay, wir gehen jetzt erstmal die Stadt anschauen. Okay, okay, okay. So, ich hoffe da oben gibt es einen Schmied. Hey! Hey, du kommst mir bekannt vor. Ich schwöre, dass ich dich schon mal... Hey, du kommst mir bekannt vor. Ich schwöre, dass ich dich schon einmal gesehen habe. Das beschäftigt mich die ganze Zeit schon irgendwie. Ich weiß nicht. Das klingt irgendwie, als könnte ich dir da nicht helfen. Jetzt weiß ich es wieder. Du arbeitest in der Taverne auf der Kalksteininsel, oder? Ich habe dort letztes Jahr auf meinen Geschäftsreisen zum C4-Reich einige Male Halt gemacht. Wie lustig du bist. Das zweite Mädchen aus Kalkstein. Das hier im Laufe von ein paar Monaten auftaucht. Moment mal, wer ist denn noch da? Ein Mädchen mit schwarzen Haaren. Ähm, äh, Hasel? Ich habe sie auf dem Markt getroffen. Sie hat Fisch bei dem Händler gekauft. Der Fische und Mangrovenblätter verkauft. Mensch, was habe ich für ein gutes Gedächtnis. Hasel? Papa hat sie gerettet. Ich muss unbedingt mit diesem Fisch- und Makrovenhändler sprechen. Danke, Fremder. Hast du das leerstehende Haus im Südwesten der Stadt schon gesehen? Gleich bei einem kleinen Brunnen. Dort hat ein Bekannter von mir gelebt. Er meinte, es würde er selbst an warmen Tagen immer wieder eine kalte Zugriff spüren. Hasst er es so sehr, dass er... Dass er auf die Insel L-L-L-L-F-E- What? ...gezogen ist. Jedenfalls steht jetzt leer und Monsters sind natürlich eingedrungen. So ist das Leben. Ganz im Südwesten. Ein Wunschbrunnen. Wurste fünf Kronen hinein? Ja, klar. Ja. Nein. Ist hier irgendwann mal was? Mach mal bis 170. Okay. Mal gucken, ob was passiert. Vom Schneider-Nähe des Süd-Tors erzählt man sich, dass er ganz vernarrt in seine Palliaten ist. Und zwar so sehr, dass er sich nicht verkauft. Puh. Er behält sie lieber für sich. So, heute ist mein Lese... Boah. Wir sind fast bereit für die Tic-Tac-Toe-Meisterschaft. Aber jemand ist nicht aufgetaucht. Hey, würdest du eventuell einspringen? Möchtest du an der Meisterschaft teilnehmen? Großartig. Dann fangen wir sofort an. Meine Damen und Herren, ich erkläre die 29. jährliche Tic-Tac-Toe-Meisterschaft von Eichenport für eröffnet. Das Preisgeld... Huch. Moment mal. Die Truhe mit dem Preisgeld ist leer. Niemand verlässt den Raum. Das ist nun ein Tatort. Oh oh. Ich habe gehört, dass hier ein Verbrechen stattgefunden hat. Und ich bin so schnell wie möglich hergekommen. Sehr zum Leid des Verbrechers. Ich bin sehr schnell. Ein Ermittler ist bereits unterwegs. Wir warten. Keine Sorge, wir riegeln diesen Ort ab. Niemand kommt rein oder raus, bis der Ermittler eintrifft und den Dieb entlarvt. Das ist wie ein Roman, in dem es um rätselhafte Morde geht. Halt ohne den Mord. Oder den Roman. Als nur rätselhaft. Ich? Die Meisterschaft ist abgesagt, aber ich trainiere schon seit drei Jahren. Ich saß die ganze Zeit mit einer Verbrecherin am selben Tisch. Hoffentlich hat sie mich nicht angesteckt. Ich sollte heimgehen und duschen. Hey, das Mädchen ist gerade mit 200 Kronen abgedüst. Eine Meisterdiebin. Ich muss nach Hause gehen und über meine Karriere nachdenken. Hier liegen Orangenschalen. Viele Orangenschalen. Wer so viele Orangen verkauft hat, würde sich wahrscheinlich an den Kunden erinnern können. Weißt du, ich bin fast erleichtert. Ehrlich gesagt bin ich nämlich eigentlich ziemlich schlechte Spielerin. Ach, guck mal an. Hallo. Huch, mein Plan. Wow. Lauf ich da jetzt auch raus? Sieht aus, es wäre die Verdächtige entkommen. Dann sollte ich gehen und einen Bericht verfassen oder so. Wenn ich hier irgendwo Fuß abdrücke jetzt? Wer ist da? Oder eigentlich ist hier der Orangenverkäufer? Wenn nicht, verschwinde. Na gut. Okay. Komme ich jetzt? Komme ich da so rein? Autsch. Fair. Ganz fair, dass es von der Wand immer wieder abprallt. Ach, aua. Na ja. Du hast suchende Augen erhalten. Wirfst du sie, bewegen sie sich auch im Gegner zu und hüpfen dann wild herum. Du hast einen staubigen alten Schlüssel mit einer eingeritzen Eichenblattverzierung gefunden. Irgendein Tagebuch hat sich aktualisiert. Du hast in einer unterirdischen Höhle einen alten Schlüssel gefunden. Bestimmt gibt es in Eichenport ein altes passendes Schloss Finders. Okay. Ei, ei, Captain. Das sind übrigens die alten Tunnel von denen, die vorher gelabert haben wahrscheinlich. Okay, da komme ich nicht rein. Früher konnte man Wasser nicht einfach aus dem Brunnen holen. Wir mussten frisches Quellwasser hoch von oben vom Marmorfalzen besorgen. Ich meine, der Brunnen war auch schon da. Weiß nicht, warum mich meine Eltern immer dort hingeschickt haben. Aber es hat einen Charakter gestärkt. Es hat den Charakter gestärkt, nicht einen. Und ich weiß jetzt, dass es im Kloster eine geheime Kammer gibt. Aber ich werde nie verraten, wo sie sich befindet. Ehehehe. Weil ich sie nie gefunden habe. Wow. Okay, hier können wir nochmal verkaufen. Das machen wir auch. So, wieder ein bisschen mehr Kohle haben. Da kann ich das ganze Zeug eh nicht brauchen. Graften werde ich wahrscheinlich eh nicht viel tun. Tag, 25 reichen da auch. So, dann haben wir wieder richtig Kohle. Wollen wir wieder ein bisschen shoppen. Aber ich möchte jetzt endlich mal ein Schmiedchen hier haben. Ich sag dir was. Neuerdings verkaufe ich Tee, wie verrückt. Der Bürgermeister veranstaltet eine Geburtstagsfeier für seinen Hund. Und alle wollen das trinken, was der Hund trinkt. Ehrlich, ich würde liebend gerne auf diese Feier gehen. Ich frage mich, ob die Waren noch zusätzliche Kellner oder so anhören. So, wir müssen aber erstmal in die Häuser hier unten jetzt rein. Da war ich ja drin. Hier noch. Hallo. Hallo. Willkommen beim Schneider Mare Suhr. Und anscheinend bist du gerade rechtzeitig gekommen. Versuchen wir mal deine Kleidung so hinzukriegen, dass sie dir passt. Äh, Entschuldigung. Wir können damit anfangen, dass wir den Hosenhüften erklären, wo deine Hüften sind. Vielleicht werden sie sich einig. Dann dieser Ausschnitt. Das ist die Rüstung der Freiwilligen Flotte. Mir ist es wichtiger, dass sie mich vor Monstern schützt, als das, wie sie angegossen sitzt. Ach, auch gut. Immerhin bringt die Farbe die Farbe deiner Augen zu Geltung. Naja, zieh dich ruhig ein wenig um. Danke. Da geht's hier rein. Da geht's nicht rein. So, ist das ja das alte... Oh, Bomben. Willkommen, willkommen. Das ist der Bombenladen von Eichenport. Wir haben uns auf Bomben spezialisiert. Nur, dass wir derzeit keine Bomben haben. Da war diese Sache bei der Salpeter-Mine. Das Übliche. Wir haben zu tief gegraben und ein Monster aufgeweckt. Man kennt das ja. Du gehörst ja nicht zufällig zu den Leuten, die gerne bei... Du... Du gehörst ja nicht zufällig gerne zu den Leuten, die Minen-Monster erledigen, oder? Ich habe schon überall gefragt. Natürlich bezahle ich dich dafür. In Bomben oder so. Anscheinend ist das genau die Art Problem, um die ich mich in letzter Zeit so kümmere. Ihr habt euch das zwar irgendwie selbst eingebrockt, aber ich sehe mal, was ich tun kann. Ah ja, fantastisch. Du wirst das Monster töten, das ich mir selbst eingebrockt habe. Bitte. Die Salpeter-Mine ist südwestlich des Hafens. Verlasse die Stadt durch das Süd-Tor und wende dich dann im Hafen nach Westen. Mein Praktikant ist bei der Mine. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Er lässt dich rein. Okay. Vielleicht kann der mir dann auch später mit diesem... ...Uhrdruck helfen. Hallo? Ich würde gern... Wusstest du, dass Eichenport einen Bombenladen hat? Auf den ersten Blick ist da nichts dabei. Die ganze Welt ist voller blockierter Durchgänge. Aber reicht das, um ein Geschäft am Laufen zu halten? Sollte dieser Mann wirklich nur Bomben an jeder Mann und jede Frau verkaufen? Das schreit doch nach einer Katastrophe, wenn du mich fragst. Egal. Wenn du Feuer, Dorn, Beeren sammelst, macht er dir ein Angebot. Ich habe selbst ein paar Bomben gekauft. Ein kleiner Vorrat kann nicht schaden. Nur zur Sicherheit. Puh, die labern aber ganz schön viel hier. Ich habe gehört, dass die uralte Eiche im Nordosten der Stadt hohl ist. Es heißt, wenn man den Mund auf den Stamm presst und ruft, kann man das Echo in einem alten Brunnen oder einer alten Höhle oder so hören. Ich glaube, dass der Baum einfach zurückruft. Hey! Die Warnung mag dir ein wenig seltsam erscheinen. Aber sei in der Nähe der Brunnen von Eichenport vorsichtig. Meine kleine Schwester ist letzte Woche in einen hineingefallen. Sie meinte, es wäre da unten ziemlich gruselig gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass sie einen Flüstern aus der Tiefe des Tunnels hörte. Außerdem hat sie sich den Arm gebrochen. Oh, die Arme. Den Arm gebrochen, die Arme. Habe ich mit dir jetzt schon gequatscht? Habe ich mit dir schon gequatzt? Ach Himmel, du siehst aus wie meine Schwester, als wir Kinder waren. Sie ist in den Brunnen gefallen. Alle fallen hier in den Brunnen oder was? Hier sind ja komische Leute. Willkommen in der Drachenblutapotheke. Suchst du Toniken, Wundermittel oder Tränke? Möchtest du längere Haare haben? Nerven dich warzen. Ich interessiere mich für praktische Tränke. Zur Heilung oder für den Kampf gegen Monster. Sowas in der Art. Oh, wenn du am Tisch was brauchen willst, nur zu. So, ich könnte hier mittlerweile alles machen. Suchende Augen. Ich brauche davon eigentlich gar nichts. Ein Lebenselixier könnten wir vielleicht mal zwei machen. Fertig. Ich weiß, es sieht aus, als würde ich hier hinten herumschleichen. Aber ich gieße nur die Blumen. Sieh dich ruhig um. Die Blumen stehen nicht zum Verkauf. Aber sie sind hübsch. Wow. Danke dafür. So, hallo. Ah, du bist bestimmt die Fensterputzerin. Wurde aber auch höchste Zeit, dass du kommst. Ich kann durch die Fenster gar nichts mehr sehen. Als würde ich in einer Höhle wohnen. Äh, tut mir leid. Wie bitte? Ich glaube, du irrst dich. Tu ich das? Oh, du hast sie bereits geputzt? Ich trage meine Brille nicht. Hier ist dein Trinkgeld. Du hast eine Krone erhalten. Wow. Danke für dieses tolle Gespräch. Aufgabe abgeschlossen. Wow. Ah. Ah. Soll man hier raten, wo es aufkracht? Oder? No way. Weg mit dir. Oh, Rüstung hat sich verbessert. Nice. Und nochmal. 100 Kronen. Sehr schön. Wow. So. Warte, das ist quasi die Quest, oder? Ja. Der Paul habe ich auch schon gemacht. Das ist die Mine. Okay. Okay. So, dann schauen wir uns noch hier drüben um. Muss doch irgendwo eine Schmiede sein. Oh, ganz viele Händler, ja? Hier gibt es eingelegtes Gemüse. Wenn dir ein bestimmtes Gemüse schmeckt, habe ich es in Gläsern. Manchmal nimmt es eine seltsame Farbe an. Habe ich jede Sorte probiert? Nein. Weiß ich, welche Pflanzenteile giftig sind? Auch nicht. Aber ich weiß, welche Teile man gut einlegen kann. Meine Produkte sind für abenteuerlostige Feinschmecker. Na, danke. Ich verkaufe rohe Eicheln, frisch aus dem Schleierwald. Die sind anders als die Lieferungen letzte Woche. Diese Eichelmonster. Baumgeister. Ja, diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Schmied. Sieht aus, als würdest du kräftiger zu... Oh, danke schön. Ach, bei genauem Hinsinn stelle ich fest, dass das gute Stück wohl nicht mehr verbessert werden kann. Eine feine Waffe hast du da. Okay, die Waffe ist auf Maximum. Anscheinend. Dann den Bogen. Kann nochmal. Nice. Wieder noch. Wieder noch. Suchst du mal eine Rüstungsschmiedenmeisterin? Wenn ja, hier bin ich. Außer du brauchst wen, der das Werkzeug hat, das mir fehlt. Dann musst du wohl weitersuchen. Aber ich leiste auch ohne Werkzeug gute Arbeit und kann die Verteidigung deiner Rüstung von 100 Krönchen erhöhen. Warum geht's nicht? Hä? Okay, Moment. Moment. Gleichern. Sorry, aber den Test... Ach, Quatsch. Ich würde nicht die Credits angucken. Kann ich die nicht mal überspringen? Ist das jetzt gerade den eher ernst? Weil ich jetzt aus Versehen auf die Credits gedrückt habe. Besonderer Dank an... Okay. Wahrscheinlich gehen die Credits eine Minute. Da seht ihr mal, wie wenig Leute dieses Spiel gemacht haben. Krass, oder? Also lasst euch davon jetzt nicht irritieren, falls ihr das seht hier. Dass man das nicht abbrechen kann, ist leicht nervig. Okay. Danke. Wir haben's gesehen. Danke. Im Englisch... Continue... So. Ähm... Ich will das jetzt kurz testen. Habe ich jetzt mein Schwert verbessert? Hat es gezählt? Ja. Go Damage 6. So. Gucken wir mal. Auf Englisch geht's jetzt wieder. Kann ich nochmal? Okay. Ich konnte nochmal. Okay. Mehr geht nicht. Wir können speichern. Also, wieder ein Punkt, wo das Spracheumstellen geholfen hat. Da sollte der Entwickler auf jeden Fall nochmal drüber schauen. So. Jetzt ist meine Rüstung auf 16 hoch. Krass. Okay. Gucken wir uns noch weiter um. Geh mir aus dem Weg. So. Hey. Brauchst du Mangrovenblätter? Frisch geerntet im uralten Mangroven-Dickicht. Beim Möwenstein. Oder möchtest du lieber Fische? Äh. Nicht wirklich. Aber vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche meine Freundin Hasel. Und habe gehört, dass du vielleicht weißt, wo sie ist. Oh, Hasel. Natürlich. Sie ist vor einiger Zeit in die Stadt gekommen. Und kauft hier ein. Ich glaube, sie nächtigt in der Herberge zum Warzenkraut. Großartig. Ist ein größerer Mann auch bei ihr? Mit Bart? Nein. Ich glaube, sie ist allein in der Stadt. Sieh doch mal in der Herberge zum Warzenkraut im Nordwesten der Stadt nach. Ob sie da ist? Das werde ich. Danke. Ähm. Was ist gleich das hier? Hier gibt es Brot. Weißt du, dass Buhr-Eichenbrot mit echten Eicheln zubereitet wird? Deshalb steckt es bestimmt voller Proteine. Aber vielleicht ist das Ganze auch nur... ...Schrot. Ich weiß. Der war nicht so gut. Ich bereite mich auf eine Stand-Up-Comedy-Show im Salon vor. Wow. Hier gibt es bla bla bla. Braucht kein Brot. Okay, Leute. Nimmts mir nicht rum. Hier stehen so viele Leute rum. Aber ich werde jetzt nicht mehr mit jedem quatschen. Sonst quassle ich mir ja den Mund zu Tode. Hier haben wir wieder ein Haus mit Besuch. Hier kann ich einfach nichts machen oder was? Reince. Okay. Dann gehe ich halt wieder. Einfach nur ein Feind in der Hütte. Ich bin unheimlich stolz auf meine Schubladen. Habe eine Weile lang Griffe aus dem... Griffe aus Liffe importiert. Weil es sich so schön gereimt hat. Aber ich stelle fest, dass es bessere Geschäftsstrategien gibt. Gerade wegen solcher Gespräche. Ich bin Tischler, bla bla bla. Nichts Wichtiges. Weil es ist mir dann auch zu viel, wenn hier jetzt jeder irgendwie Senf von sich gibt. Hier muss doch immer eine Herberge sein. Komm ich noch irgendwie höher? Komm tatsächlich noch höher. Junge, ist das hier riesig. Da schauen wir später rein. Jetzt gehen wir erstmal in die Herberge. Kann ich hier rein? Kann tatsächlich rein, ja? Dann gucken wir mal, was hier passiert. Anf charge. Jetzt gehen wir zurück. Da geht's.